Und so können wir es dann schaffen, immer und immer wieder 20,57 Euro jede einzelne Stunde zu verdienen. Stell dir vor, du hättest eine Methode, mit der du es schaffen könntest, rund um die Uhr Geld zu verdienen. Es spielt dabei keine Rolle, wie alt du bist, wie spät es ist oder welcher Tag es ist. Mit dieser Methode, die ich dir heute zeigen werde, kannst du, wann immer du willst, Geld verdienen. In diesem Video werde ich dir mal eine Methode vorstellen, mit der jeder es schaffen kann, 20,57 Euro jede einzelne Stunde zu verdienen. Das Ganze online, ohne Risiko, ohne Vorerfahrung und vor allem ohne Startkapital. Hört sich zu gut an, um wahr zu sein, ist allerdings möglich. In diesem Video wirst du genau erfahren, wie das Ganze funktioniert. In den letzten Wochen kommt sehr oft die Frage, ob es Methoden gibt, um online Geld zu verdienen, ohne Sachen zu verkaufen oder auch nur einen Cent zu investieren. Und in diesem Video werde ich eben eine genau solche Methode vorstellen. Es wird ein sehr spannendes Video, deswegen schau dir das Ganze jetzt unbedingt bis zum Ende an. Denn ich werde dir noch einen Trick zeigen, mit dem du mit der Methode das Maximale rausholen kannst. Denn es gibt Leute, die mit dieser Methode, die ich in diesem Video vorstelle, schon über 2.000 Euro pro Monat verliehen. Und wie du das Ganze auch schaffen kannst und sogar noch mehr verdienen kannst, das alles erfährst du in diesem Video. Mein Name ist Leon Kramer und hier auf diesem Kanal gibt es immer die neuesten und besten Methoden in den Bereichen Online Geld verdienen und passives Einkommen aufbauen. Wenn dich diese Themen interessieren und du in Zukunft auch lernen willst, wie du es schaffen kannst, seriös und langfristig Online Geld zu verdienen, dann kannst du gerne den Kanal komplett kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren, bis du mal auf dem neuesten Stand und verpasst keine weiteren Videos mehr, die dir helfen werden, neue Einnahmequellen aufzubauen. Heute haben wir eben eine extrem spannende Methode und zwar, wie man es schaffen kann, jede einzelne Stunde über 20 Euro zu verdienen. Gib gerne schon mal einen Daumen hoch, wenn du in Zukunft mehr von solchen Videos sehen willst und dann geht es auch direkt schon los. Und zwar geht es heute um die Plattform Transcribe.me. Ein ganz wichtiger Hinweis, ich bin weder von dem bezahlt, noch bekomme ich irgendwas dafür, dass ich die Website hier vorstelle. Ich finde sie persönlich gut und möchte sie euch deswegen vorstellen. Ja, auf dieser Plattform könnt ihr aktuell sehr, sehr gutes Geld verdienen und ja, diese Plattform ist auch sehr, sehr seriös, arbeitet auch mit großen Partnern wie zum Beispiel Facebook oder der Harvard University zusammen. Und ja, hier könnt ihr eben mit sogenannten Transkriptionen Geld verdienen. Das heißt, ihr müsst einfach nur MP3-Dateien, das heißt Audio-Dateien aufschreiben und werdet dafür bezahlt. Das heißt, für alle, die mal die Frage stellen, ja, wie kriege ich es hin, dass ich die Seiten immer direkt übersetzen lasse, dazu klicke ich hier einfach im Chrome-Browser hier rauf und lasse die Seite dann ganz normal übersetzen. Hier zum Beispiel ins Deutsche oder in irgendeine andere Sprache. Natürlich kann man hier jede andere Sprache auswählen, die hier beim Google-Übersetzer vorhanden ist. Das ist einfach nur am Rande, weil die Frage immer wieder kommt, beantworte ich sie jetzt am Anfang des Videos einmal. Und ja, hier könnt ihr eben sehr, sehr gutes Geld verdienen. Ihr könnt hier unten ganz runter scrollen auf transcribeme.com und könnt dann hier unten auf Arbeitsplätze bzw. auf Jobs klicken. Dann öffnet sich hier schon die nächste Seite und zwar diese Seite hier. Hier findet ihr eben die sogenannten Transkriptionsjobs, bei denen ihr eben von zu Hause aus arbeiten könnt. Und hier ist es eben sehr, sehr gut und zwar man verdient hier 15 bis 22 US-Dollar pro Audiostunde. Ich habe es natürlich wieder für euch vorbereitet. 22 Dollar entsprechen 20,57 Euro. Das heißt, man kann mit dieser Methode 20,57 Euro pro Stunde verdienen. Und die besten Leute verdienen hier tatsächlich schon über 2200 Dollar, also ungefähr 2050 Euro pro Monat. Ja, das ist natürlich eine super, super Sache, zumal man eben hundertprozentig flexibel ist. Das heißt, man kann hier entspannt von zu Hause aus arbeiten und man kann arbeiten, wann man will und vor allem auch, wie lange man will. Das heißt, man bekommt hier wirklich sehr, sehr kurze Clips, das heißt zum Beispiel zwei oder vier Minuten Clips. Das heißt zum Beispiel ein zwei Minuten oder ein vier Minuten langes Video oder eine Audiodatei. Und man bekommt hier auch keine langen Interviews und muss einfach das Gesagte, was eben in der Audiodatei oder in dem Videoclip vorkommt, das muss man eben einfach aufschreiben und wird dafür dann eben bezahlt. Das heißt, man kann so viel arbeiten und so viele Aufträge durchführen, wie man möchte. Das heißt, es gibt keine Begrenzung und man kann auch, wenn man will, zum Beispiel acht Stunden am Stück hintereinander arbeiten und dementsprechend dann immer wieder 20,57 Euro pro Stunde verdienen. Das ist natürlich eine super, super Sache. Ja, man bekommt die Auszahlung auch direkt aufs Konto, das heißt auch direkt aufs Paypal-Konto. Und ja, wir können uns ja mal ein paar Beispiele anschauen. Das heißt, man kann das Ganze natürlich wann immer man möchte machen. Das heißt zum Beispiel auch morgens vor der Schule, vor der Uni, vor der Arbeit oder auch nachmittags oder in der Mittagspause, wann auch immer. Oder auch abends oder auch nachts. Das ist jedem selbst überlassen. Und ja, wir schauen uns das Ganze mal an, wenn man hier gerade einmal zwei Stunden pro Tag arbeitet. Das heißt, zweimal 20,57 Euro. Wir rechnen jetzt mal das Ganze einfach aus hier. 20,57 Euro. Natürlich mal zwei. Für eben zwei Stunden hätte man hier schon 40,14 Euro in zwei Stunden verdient. Und wenn man das Ganze jetzt jeden Tag macht, also meinetwegen jeden Tag zwei Stunden hier auf der Plattform aktiv ist, dann hätte man hier schon innerhalb von einer Woche gerade mal beziehungsweise schon 287 Euro gesammelt und das Ganze auf den Monat hochgerechnet mal vier, hättet ihr damit locker mal eben 1150 Euro verdient und das Ganze mit gerade einmal zwei Stunden Arbeit pro Tag. Ja, das ist natürlich in der Hinsicht ein ziemlich, ziemlich lukrativer und guter Nebenverdienst. Klar, wenn man das Ganze jetzt hier hauptruflich machen will, ist es natürlich auch möglich. Also über 2000 Euro ist hier locker drin pro Monat. Und das Gute ist eben, man kann das Ganze entspannt von zu Hause machen. Die Leute, die mich schon länger verfolgen, die wissen ja, dass ich zum Beispiel früher auch zahlreiche Nebenjobs hatte. Das heißt zum Beispiel in der Fabrik gearbeitet habe, am Band oder auch Pizzafahrer war. Und ja, das sind wirklich so Nebenjobs, die natürlich deutlich schlechter bezahlt werden und die auch nicht wirklich Spaß machen. Ganz klar, da macht man lieber solche Aufgaben hier von zu Hause. Und das Beste ist, ich werde euch natürlich nochmal einen Trick zeigen, mit dem ihr hier das Maximale rausholen könnt. Und zwar könnt ihr natürlich mit der Plattform Google Docs den Transkriptionsprozess deutlich, deutlich vereinfachen. Das heißt, hier gebt ihr einfach bei Google, Google Docs ein, öffnet sich hier schon die Google Docs Plattform. Da klickt ihr hier auf zu Google Docs und jetzt könnt ihr hier ein neues Dokument öffnen. Und ja, jetzt geht das Ganze eben folgendermaßen los. Ihr bekommt jetzt zum Beispiel bei Transcribe.me einen Auftrag von einer Audiodatei. Die ist zum Beispiel zwei Minuten lang. Und jetzt könnt ihr natürlich das Ganze so machen wie die meisten Leute auf der Plattform. Ihr hört euch die Datei an und schreibt einfach auf, was gesagt wird, beziehungsweise was ihr hört. Ihr könnt es euch aber noch leichter machen und das hatte ich ja schon mal in einem anderen Video erklärt. Und zwar hier könnt ihr bei Google Docs einfach auf den Punkt Tools gehen. Und jetzt könnt ihr hier einfach die sogenannte Spracheingabe auswählen. Das heißt, hier klickt ihr einmal rauf. Dann könnt ihr hier die Sprache auswählen, natürlich Deutsch oder auch Englisch oder was weiß ich für eine Sprache. Und dann klickt ihr hier einfach rauf und sprecht das Ganze ein. Zum Beispiel, wenn ihr ein Dokument bekommt und beziehungsweise eine Datei bekommt und in der Datei gesagt wird, mein Name ist Leon. Dann lasst ihr die Datei einfach abspielen vor eurem Gerät. Oder ihr sprecht das Ganze nochmal selbst ein. Zum Beispiel jetzt in meinem Fall, mein Name ist Leon. Und ja, dann wird das Ganze automatisch aufgeschrieben, ohne dass ihr selbst was schreiben müsst. Einfach nur, indem ihr hier die Datei laufen lasst. Und ich habe es tatsächlich schon mal probiert. Es ist auch möglich, dass man einfach vor das Mikrofon die Audiodatei zum Beispiel mit dem Handy oder mit einem anderen Gerät abspielen lässt. Und das Ganze dann automatisch hier erkannt wird, sodass man eben diesen Transkriptionsjob durchführen kann, ohne auch nur einen einzigen Satz selbst schreiben zu müssen. Und das ist natürlich eine geniale Methode und ein geniales Tool, um sich nochmal die Arbeit deutlich leichter zu machen. Das heißt, ihr könnt im Prinzip hier die Audiodateien, die ihr hier auf Transcribe.me bekommt, könnt ihr dann einfach hier mit dem Google Docs Tool hier ganz einfach einsprechen lassen und dann eben hier davon die Audiodateien bekommen, beziehungsweise die Textdateien bekommen und dann eben bei Transcribe.me einreichen und damit dann immer wieder über 20 Euro pro Stunde verdienen. Und alles ohne Startkapital, ohne Vorwissen und ohne großen Aufwand. Ja, wenn ihr hiermit starten wollt, klickt ihr dann einfach hier bei den Transkriptionsjobs auf Loslegen. Dann öffnet sich schon diese Seite hier. Hier könnt ihr dann komplett kostenlos ein neues Konto erstellen. Ihr könnt das Ganze natürlich hier auf Deutsch umstellen. Und ja, dann gebt ihr hier ein paar Informationen ein. Ganz, ganz wichtig ist natürlich, dass ihr hier eure PayPal-E-Mail-Adresse richtig eingeht, weil ansonsten könnt ihr das Geld ja nicht bekommen, wenn ihr die falsche PayPal-E-Mail-Adresse eingebt. Das ist natürlich ganz wichtig. Dann das Land natürlich auswählen. In den meisten Fällen natürlich Deutschland. Dann natürlich noch hier die Sprache auswählen. Ganz wichtig. In den meisten Fällen natürlich Deutsch. Aber natürlich, wenn ihr jetzt zum Beispiel auch englische Texte aufschreiben könnt, dann könnt ihr natürlich auch Englisch wählen oder auch Französisch oder auch alle möglichen anderen Sprachen. Aber Deutsch ist hier natürlich auch vorhanden. Dann könnt ihr optional noch eure Telefonnummer oder Skype-Nummer eingeben. Müsst ihr nicht. Und ja, dann könnt ihr auch schon komplett kostenlos ein Profil erstellen. Jetzt natürlich die große Frage. Muss man für diese Methode ein Gewerbe anmelden? Dazu kann ich sagen, ja, wenn man das Ganze langfristig und dauerhaft machen möchte mit Gewinnabsicht, dann muss man ein Gewerbe anmelden. Aber jetzt kommt noch mal eine Methode, die man umsetzen kann und mit der man Geld verdienen kann, ohne ein Gewerbe anmelden zu müssen. Also passt jetzt auf. Letzte Woche haben wir wieder über 4.000 Euro an Gewinn für die Kopierer, also für euch erwirtschaften können. Und ja, jetzt werde ich euch noch mal kurz zeigen, wie ihr auch Kopierer werden könnt. Über 200 Leute profitieren schon von dieser Strategie. Für alle, die auch hier kopierbar werden wollen und ohne eigene Arbeit Geld verdienen wollen, für die gibt es jetzt die kurze Erklärung. Und zwar mit dem Link in der Videobeschreibung kommt ihr auf diese Seite. Habe ich ja schon des Öfteren gezeigt. Hier könnt ihr euch komplett kostenlos anmelden und hier von der sogenannten Autocopy-Methode profitieren. Das heißt, hier könnt ihr euch einfach kostenlos ein Konto erstellen und dann könnt ihr mich mit einem einzigen Klick auf Autocopy kopieren. Was bedeutet das? Ich habe hier dann zum Beispiel einen Account und wenn ich jetzt beispielsweise hier durch den Handel von beispielsweise Aktien einen Gewinn erziele von zum Beispiel 10 Euro oder auch 10 Prozent, wenn ich zum Beispiel 100 Euro einzahle und dann das Ganze vermehre auf 110 Euro und ihr mich dann vorher kopiert habt, bekommt ihr auf eurem Konto genau die gleichen Ergebnisse. Das heißt zum Beispiel auch 10 Euro Gewinn und der große Unterschied ist, ihr müsst im Prinzip gar nichts dafür machen. Ich mache die ganze Arbeit, ihr müsst mich einfach nur kopieren. Und wie viel wir bisher damit verdient haben, allein diese Woche und diesen Monat, das blende ich euch jetzt nochmal kurz ein. Und zwar haben wir hier die Ergebnisse von der aktuellen Woche über 4.900 Dollar, also ungefähr knapp 4.500 Euro verdient komplett passiv an Gewinn für die Kopierer. Wie viel waren es im aktuellen Monat? Im Monat sind wir aktuell bei über 25.000 an Gewinn und das könnt ihr auch alles ganz transparent in der besten Liste nachschauen. Eine absolut geniale Sache. Und wie ihr jetzt mit der ganzen Methode starten könnt, das zeige ich euch jetzt. Und zwar, ihr klickt auf den Link in der Videobeschreibung, dann kommt ihr wie gesagt auf diese Seite. Dann könnt ihr euch hier erstmal komplett kostenlos anmelden, indem ihr hier raufklickt auf Erste Schritte oder beginne mit dem Trading. Dann öffnet sich diese Seite. Hier klickt ihr dann auf Weiter und könnt euch dann hier einen kostenlosen Account erstellen. Müsst dann einmal Nummer eingeben und die E-Mail und müsst dann eben einen kleinen Test absolvieren, also eine Art Einstellungstest, ob ihr für die Methode geeignet seid. Wichtig. Bei dem Test helfe ich euch natürlich. Und zwar, ich habe hier oben rechts nochmal ein komplettes Video für euch aufgenommen, bei dem ich wirklich alles ganz genau Schritt für Schritt für Anfänger erkläre. Dort bekommt ihr dann alle Infos direkt zugesendet, beziehungsweise in dem Video bekommt ihr alle Infos. Und dann könnt ihr euch auch schon kostenlos anmelden. Wie es dann weitergeht, zeige ich euch jetzt. Und zwar könnt ihr dann hier bei der Suche einfach meinen Namen, also Leon Kramer zusammengeschrieben, eingeben. Dann seht ihr hier schon mein Profil. Hier seht ihr dann auch schon meine Statistik. Aktuell haben wir hier 140 Kopierer. Hier in den Statistiken sehen wir ja auch insgesamt alles grün. Insgesamt hier für die Kopierer schon über 9.400 Dollar, beziehungsweise knapp 9.400 Euro an Gewinn erzielt. Ich selbst bin hier schon mit über 700 Euro, beziehungsweise 700 Dollar in Plus. Und das Ganze könnt ihr jetzt eben mit einem einzigen Klick kopieren. Einfach hier auf Autokopieren raufklicken. Da öffnet sich schon das nächste Feld. So, hier sehen wir dann auch noch ein paar Infos. Und zwar knapp 95% Trefferquote, 1,4% Gewinn und knapp 140 Euro werden immer pro Trade investiert. Und hier ist es jetzt spannend. Und zwar hier könnt ihr jetzt die Einstellungen eben auswählen. Also entweder prozentual. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mit 100 Euro trade oder mit 150 Euro und ihr 50% einstellt, würdet ihr dann eben 50 Euro, beziehungsweise 75 Euro beispielsweise mitkopieren. Wenn ihr hier mit 50% kopieren wollt, macht es schon Sinn, laut der Erfahrung zumindest, dass man da so knapp 500 Euro drauf hat. Wenn man eben mit 100% kopieren möchte, sollte man schon Minimum 1.000 Euro auf dem Account haben. Natürlich keine Anlageberatung an dieser Stelle. Es muss am Ende des Tages jeder selbst für sich entscheiden. Dann muss man hier nur noch einmal auf Autokopieren starten klicken und schon geht es los. Ja, heute alleine standen wir wieder bei über 1.500 Euro Gewinn für die Kopierer an einem einzigen Tag. Und ich gehe mal stark davon aus, dass wir das Ganze in Zukunft noch weiter steigern können. Ich gebe da auf jeden Fall mein Bestes. Teste das Ganze auf jeden Fall aus. Link dazu in der Videobeschreibung. Ja, testen das Ganze auf jeden Fall aus. Wie gesagt, diese Woche alleine über 4.000 Euro Gewinn für die Kopierer. Und wenn ihr auch Kopierer werden wollt, Link dazu in der Videobeschreibung. Oder ihr klickt einfach auf das Video, was ich euch jetzt hier in der Mitte einblenden werde. Denn dort erkläre ich alles nochmal Schritt für Schritt. Ja, dann hoffe ich natürlich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Daumen hoch für mehr solche Videos. Und dann sehen wir uns gleich im nächsten Video wieder. Bis dahin, bleibt gesund und tschüss. Bis dahin, bleibt gesund und tschüss.